In den ersten beiden Folgen meiner kleinen Reihe zum entfesselten Blitzen habe ich euch gezeigt welche Blitze ich verwende diese einfachen Godox Blitze hier und wie ich diese Blitze an diesem Bones Mount Adapter befestige und wie man daran dann dann jeden Lichtformer mit Bones Mount anbringen kann. Ja in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen welche Lampenstative ich verwende und ihr seht das sind hier mehrere die ich hier schon aufgebaut habe und die erfüllen für mich alle sehr unterschiedliche Zwecke. Fangen wir mal mit dem kleinsten an und das ist dieses hier das ist von der Firma Newer oder Neva ich weiß auch nicht genau wie man das ausspricht Doppel E auf jeden Fall und das ist ein Stativ das ist sehr preiswert das kostet irgendwie 12 Euro oder 15 Euro oder so und das verwende ich dann wenn ich sehr bodennah arbeiten möchte wenn ich sehr bodennah ein Licht setzen möchte und vor allen Dingen dann wenn ich wenn das Stativ kaum auffallen soll also wenn ich zum Beispiel hinter einer Person einen Lichtkranz auf dem Hintergrund erzeugen möchte und das Stativ soll aber eben hinter der und der Blitz soll hinter der Person verschwinden dann nehme ich dieses Stativ dafür ist das sehr gut geeignet. Für einen größeren Lichtformer ist das natürlich weniger geeignet. Ja das erste richtige Stativ das ich mir gekauft habe das war damals dieses hier das ist von Alimax ich glaube WT 806 oder so ähnlich heißt das das ist nicht schlecht es ist relativ stabil wenn es erstmal steht relativ dickes Rohr auch ist gefedert also wenn ich das jetzt hier aufmache dann sieht man dass es hier gefedert ist so dass wenn jetzt der Lichtformer immer runter krachen würde die Gefahr dass Beschädigung entsteht nicht so groß ist man darf allerdings nicht sein Gesicht hier drüber halten und das dann betätigen das könnte im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen Ja was mir an diesem Balimax Stativ nicht so gut gefällt ist dass die Verarbeitungsqualität im Vergleich zu anderen Stativen die ich euch gleich zeige nicht ganz so gut ist also dass das hier unten die Schrauben zum Beispiel wenn man die betätigt das fühlt sich alles ein bisschen plastikmäßig an und das Gefühl ich darf da nicht zu doll dran drehen dann irgendwie dann dann bricht es irgendwann mal aus äh hier oben das Spigot das hat auch so das sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht aber das hat auch so ein bisschen Spiel ähm also da sieht man dann doch schon so ein bisschen den Preis und man sieht dass es irgendwie aus China kommt und ähm insofern hab ich mich dann nach anderen Stativen noch umgesehen ähm die ein bisschen teurer sind aber die qualitativ meiner Ansicht nach noch ein bisschen besser sind das benutze ich aber trotzdem immer noch dieses äh Stativ das nehme ich allerdings nicht großartig mit unterwegs äh da nehme ich andere Stative aber wenn ich hier zu Hause bin äh nehme ich das durchaus vor allen Dingen äh benutze ich das ähm um daran einen ähm ähm einen Reflektor einen Faltreflektor zu befestigen mit einem Reflektorhalter äh weil das hier ein relativ dickes Rohr hat und dieser Reflektorhalter der hat ähm so eine Schelle dass man äh dass man äh das an dem Rohr befestigen kann und je dicker das Rohr ist desto besser geht das ähm deswegen nehme ich dieses Stativ in erster Linie dafür äh wenn ich äh unter einer Person einen Reflektor platzieren möchte dafür ist es sehr gut geeignet das kostet so um die um die 30 Euro glaube ich ja dann habe ich äh dieses hier äh ja als nächstes äh dieses Stativ gekauft und da habe ich mehrere davon äh das ist jetzt ein Stativ von Manfrotto äh italienische Marke ähm ähm ja und das ist zwar vom Rohrdurchmesser ein bisschen geringer als äh als jenes Stativ äh das gibt es aber auch noch in einer größeren Variante aber ich habe mich damals für die kleinere Variante entschieden weil man diese kleineren Stative besser mitnehmen kann unterwegs ähm da habe ich zwei Stück von ähm und das schöne ist dass man diese Stative sehr flach zusammenfalten kann also wenn ich die jetzt wenn ich das jetzt zusammengelegt habe dann ist das nicht äh irgendwie so rund wie bei dem Balimex Stativ sondern das ist äh ich weiß nicht ob man das jetzt sehen kann sehr flach und ich habe eben mehrere Stative davon und dann kann man diese äh nebeneinander stellen und kann sie ineinander klicken und die haben da so ein Klickmechanismus hier und dann klicke ich die zusammen und dann sind zwei Stative von diesen sind eben genauso viel Platz weg wie dieses eine Balimex Stativ und deswegen sind die hervorragend geeignet äh für unterwegs hier gibt es wie gesagt auch noch eine Nummer größer aber das ist dann schon wieder ähm ein bisschen zu groß teilweise ähm um sie mitzuschleppen ähm ja diese diese Schrauben die sind alle sehr gut verarbeitet äh da knarrt es nichts man kann das äh äh wunderbar hier ähm 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 also das macht alles einen sehr qualitativ sehr hochwertigen Eindruck ähm ähm ja und deswegen habe ich mich für diese Walimix äh äh für diese Manfrotto Stative entschieden ähm 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 ä dass es sehr platzsparend aufzubauen ist und dass es auch zusammengelegt sehr wenig Platz wegnimmt. Also wenn ich das jetzt mal zusammenlege, dann ist das ganze Stativ und das ist doch dann schon deutlich kleiner als jetzt beispielsweise dieses hier und erst recht als das von Valimix. Das ist das eine und das zweite was hier dran schön ist, ist die Tatsache, dass man die Beine unten fast in die Waagerechte bringen kann, sodass sie wenig Platz wegnehmen. Also sie gehen zwar in die Breite, aber diese Schräge hier, die hier ist, die stört dann häufig. Also da rennt dann jemand dagegen und so und das ist, wenn ich das so aufstelle, dann überhaupt nicht der Fall, weil die Beine eben fast waagerecht sind. Und deswegen ist das sehr gut geeignet für dort, wo man wenig Platz hat, wo das Stativ nicht groß stören soll. Das ist jetzt kein Stativ, wo man jetzt so eine riesige Softbox dran hängen sollte. Aber so für leichtere Lichtformer durchaus ein sehr gutes Stativ. Ich verwende das meistens, wenn ich von hinten Personen beleuchten will mit so einem Standardreflektor, will ich manchmal so ein Haarlicht setzen. Und dann nehme ich dieses Stativ, weil ich das irgendwo in die Ecke stellen kann und es dort nicht viel Platz wegnimmt. Ich kann die Beine auch, statt so waagerecht zu machen, fast senkrecht stellen. Dann nimmt es in der Breite sehr wenig Platz weg, anders als dieses Stativ dort. Und ich kann das überall noch in jede Ecke stellen. Und deswegen ist das dafür sehr gut geeignet. Ja, und das letzte Stativ, das ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist auch von Manfrotto. Ich glaube, das heißt Kombi-Boom. Und das ist ein Galgenstativ. Und ein Galgenstativ zeichnet sich dadurch aus, dass man... ...dass man diesen Arm hier umlegen kann. Geht ganz einfach. Dadurch habe ich jetzt diesen Arm in der Waagerechten. Und kann jetzt einen Lichtformer über einer Person platzieren. Und dieser Stativfuß hier, der ist mir nicht im Weg. Das ist immer das Problem, wenn ich ein Licht direkt von vorne kommen lasse. Und platziere das Stativ direkt vor die Person. Dann ist mir das Stativ immer im Weg beim Fotografieren. Und das ist hier eben nicht der Fall. Ich kann das an die Seite stellen, das Stativ. Und kann den Lichtformer jetzt da oben dran befestigen. Und das Stativ ist mir nicht im Weg. Und ich kann es aber genauso gut wieder einklappen. Und kann dieses Stativ auch als ganz normales Stativ in der Senkrechten verwenden. Das geht genauso. Deswegen daher kommt, glaube ich, der Name Kombi. Gibt es auch von anderen Herstellern, von Gin Bay, von Valimax. Aber ich habe mich hier eben auch für dieses Manfrotto-Stativ entschieden. Das hatte damals sehr gute Rezensionen. Und ich habe es auch nicht bereut. Das ist wirklich, dieser Mechanismus hier ist sehr stabil. Und da wackelt nichts. Das Einzige ist, worauf man achten muss, bei einem Galgenstativ. Wenn ich vorne ein Gewicht dran habe, dann fängt das Stativ an zu kippeln. Deswegen brauche ich hinten ein Gegengewicht. Und da ist so eine Tasche hier dabei. Bei dem Stativ. Allerdings sind keine Gewichte dabei. Und ich habe das dann so gemacht. Ich habe mir aus dem, in einem Taucherfachgeschäft, habe ich mir dieses Tauchblei gekauft. Das ist jetzt hier so ein 2-Kilo-Pack. Auf der anderen Seite habe ich auch noch eins. Das sind dann zusammen 4 Kilo. Das reicht im Regelfall aus, um jetzt ein Gegengewicht zu den Softboxen zu schaffen und dann dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht umkippt. Da ist dann hier so ein Karabinerhaken dabei. Und dann kann ich das hier unten irgendwo dran befestigen. Das ist die eine Möglichkeit, dass ich es hier unten am Fuß befestige. Oder ich befestige es direkt oben an dem hinteren, an der waagerechten Schiene. Da ist hinten eben auch eine Öse dran. Und dann kann ich das da einfach reinhängen. Und dann habe ich das Gegengewicht. Ja, soviel zu meinen Lampenstativen. Ich habe ja neulich gesagt, dass ich eher low budget unterwegs bin, was das Blitzen angeht. Das ist auch so. Also was die Blitze angeht, was die Softboxen angeht. Bei den Stativen habe ich aber festgestellt, lohnt es sich durchaus ein bisschen mehr Geld auszugeben. Also wie gesagt, das Walimax kostet so um die 30 Euro. Und dieses Manfrotto hier, das kostet irgendwie so um die 80 Euro. Aber es ist von der Verarbeitungsqualität, finde ich zumindest persönlich, liegender Welten dazwischen. Insofern, und das ist ein Produkt, das ist langlebig. Also das wird mich wahrscheinlich viele Jahre begleiten. Insofern denke ich, dass das eine gute Investition war. Ich glaube, dieses hier, das Galgenstativ, das kostet so um die 150, 160 Euro. Es gibt natürlich noch größere Galgen. Aber für meine Zwecke reicht das vollkommen aus. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Mein kurzer Beitrag zu den Lampenstativen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir wie immer gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich auf das nächste Video und sage Tschüss, bleibt mir gewogen. Euer Olaf cuz' ich weiß, was Du, darfst heute nicht meine Kommentare.